Liebe Lühnerinnen und Lühner, an unmöglichen Dingen sollte man selten verzweifeln, an schweren nie. Goethe hat diesen Satz vor gut 200 Jahren formuliert und ich glaube, dass dieses Zitat auch zwei Jahrhunderte später sehr gut in unsere aktuelle Zeit passt. Corona ist eine Herausforderung, die uns allen viel abverlangt. Da scheint der Kampf gegen das Virus manch einem tatsächlich unmöglich zu sein. Erst am Mittwoch haben Bund und Länder vereinbart, den sogenannten Lockdown-Light zu verlängern. Damit gelten die Einschränkungen weiter, die unser öffentliches Leben und viele Branchen so hart treffen. Damit bleibt die Bewältigung der Corona-Krise weiterhin für uns alle eine enorme Kraftanstrengung, sowohl wirtschaftlich als auch sozial und psychisch. Aber aufgeben? Aufgeben darf für uns alle keine Alternative sein. Wir haben auch deshalb keinen Grund zu resignieren, weil die Erfolge der Maßnahme der vergangenen Wochen und Monate sichtbar sind. Der exponentielle Anstieg der Infektionskurve ist erst einmal gebrochen und dadurch konnte eine Überforderung unseres Gesundheitssystems verhindert werden. Wir sind damit auf dem richtigen Weg. Mit unserer Seitwärtsbewegung haben wir die Ausgangsposition verbessert, um unser Ziel zu erreichen. Das Ziel ist, dass sich die Kurve deutlich nach unten bewegt. Wir sehen nämlich auch, dass die Zahl der Corona-bedingten Todesfälle weiter auf einem hohen Niveau ist. Am Mittwoch starben 410 Menschen, gestern starben 389 Menschen. Im Umkehrschluss könnte die Pandemie bis Weihnachten noch rund 10.000 Menschen das Leben kosten. Liebe Lünerinnen und Lüner, machen wir uns bewusst, dass es sich bei den Todesfällen nicht nur um bloße Zahlen handelt, sondern um Menschen. Es sind Einzelschicksale. Es sind Lebenswege, die ohne Corona noch nicht geendet hätten. Hinter jedem verstorbenen Menschen stehen auch Familien, die jetzt kurz vor Weihnachten einen schmerzlichen Verlust verkraften müssen. Machen wir uns deshalb auch bewusst, dass eine Überforderung des Gesundheitssystems genau das weiter forcieren würde. Hilflose Krankenhäuser können wir uns weder medizinisch, noch sozial, noch ethisch erlauben. Hilflose Krankenhäuser kann keiner von uns verantworten. Deshalb bitte ich Sie, lassen Sie uns auch die nächsten Wochen weiterhin diszipliniert sein. Schon bald soll es einen Impfstoff geben, der womöglich deutliche Erleichterungen bringt. Deshalb schränken Sie Ihre Kontakte weiterhin ein. Achten Sie darauf, wann immer es erforderlich ist, eine Maske zu tragen. Achten Sie auf Hygiene und halten Sie die Abstände ein, so gut es geht. Ich wünsche Ihnen ein schönes erstes Adventswochenende und bleiben Sie gesund.